Magnesiumflamme purpur, Bengalroyal gelb. Da sieht man den Unterschied zwischen Magnesiumbrenner und NC-Brenner. Ja, definitiv. Dafür brennen Sie drei Minuten. Das ist eine schöne lange Brenndauer. Aber wenn das jetzt vergleicht mit den Freunden von WECO. Nach dem Magnesiumflamme auszaubert, dass man mit Goldeffekten nicht mehr kommt. Weil das Auge kann sich danach gar nicht mehr auf einstellen. Das ist viel zu greif. Wie lange hat der Brenndauer? Der Magnesium. Der Magnesium? Die Röste zu blühen, glaube ich. Aber ein Minus.